Was ist in der Hand? Was wird aus unserem Land? Handeln mit Verstand, uh-uh. Handeln mit Verstand, uh-uh. Sonntag ist die Wahl. Ist euch das egal? Das wäre fatal, uh-uh. Das wäre fatal, uh-uh. Hälft den Gerechten, sonst gewinn die Schlechten. Vorsicht vor den Rechten, wo man viel verstrichst. Aber Lösungen hat man nicht. Meine Stimme darf nicht fehlen, 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 fehlen. Ich will, dass ich zähl, 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 zähl. Ich geh einfach wählen, 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 wählen. Wählen im Kopf, wählen im Kopf. Ich kann euch nicht so viel, 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 ... So würd ich euch empfehlen, viel, viel, viel. Geht am Sonntag wählen, 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 wählen. Willem Kopp, Willem Kopp. Majl pop, Majl op, Majl op. Woh, oh, oh! Sk Greyen!